Was würdest du empfehlen? Ist es vielleicht sogar sinnvoll, ich sag mal nicht unmittelbar, aber so im Nachmittagsbereich zu schlafen, weil das irgendwie vielleicht noch mehr dazu führt, dass der Körper… Zu trainieren meinst du, ne? Ja genau. Du hast zu schlafen gesagt. Achso nein, nein, nein. Im Nachmittag schlafen. Also genau, Nickerchen machen, das ist noch ein anderes Thema. Nee, ich meinte aktiv zu sein, um vielleicht dem Schlaf nochmal so einen Boost zu geben. Oder ist es besser, möglichst früh in die Aktivität zu gehen, eher morgens, um, sag ich mal, damit der Zyklus schon früh anfängt. Weißt du, was ich meine? Ja, also erstmal natürlich wieder chronotyp abhängig. Haben wir in der ersten Folge rauf und runter geklärt. Also eher daran anpassen, okay, wann wache ich denn eigentlich natürlicherweise auf und dann sagen, okay, ist das früh oder ist das spät, was ich an Sport mache? Und dann ist es tendenziell schon wieder so, okay, ja, in den frühen Aufwachstunden, ja, wird mein Rhythmus sich dadurch nach vorne verschieben. In den späten Abendstunden wird mein Rhythmus sich dadurch tendenziell nach hinten verschieben. Wenn es jetzt darum geht, was vielleicht zu besseren Trainingsanpassungen führt oder zu einer besseren langfristigen Stoffwechselgesundheit oder so, dann, da gibt es jetzt gerade wirklich sehr viele Studien zu und es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, in welche Richtung das geht. Also jetzt gerade so im Bereich Typ-2-Diabetes, Übergewicht und so, gibt es jetzt gerade eine ganze Bewegung, die schon dahin geht, wo viele Studien zeigen, okay, das Nachmittags-Abends-Training scheint effektiver zu sein, wenn es darum geht, Blutzucker zu senken, langfristig. Wenn es darum geht, Gewicht abzunehmen langfristig für die Leute, die schon Übergewicht haben, wo echt so einzelne Studien zeigen, okay, das Morgens-Training hat zumindest auf den Blutzucker keinen messbaren Einfluss, wo man sich so fragt, okay, ja, das widerspricht irgendwie allem, was ich denken würde. Ich würde immer denken, Sportintervention ist gut für Blutzuckerregulation, scheint nicht immer so zu sein, müssen aber auf jeden Fall noch mehr Studien gemacht werden. Wenn es dann dahin geht, für was jetzt vielleicht deine Hörer auch interessiert, die jetzt vielleicht eher Ausdauersport machen oder auch Krafttraining oder Ballsportarten, was auch immer, da müssen auf jeden Fall noch die Studien gemacht werden. Und da ist es noch total schwer zu sagen, ist jetzt zum Beispiel das Abendtraining effektiver, um die mitochondriale Biogenese zu steigern oder so. Was womöglich so ist, das kann schon sein. Was aber diese Studien in Zukunft wirklich besser kontrollieren müssen, ist eben einerseits die chronotypische Zusammenumsetzung ihrer Stichprobe und eben auch, was ein Riesenproblem ist immer bei diesen Studien, ist, haben die Leute vorher schon was gegessen und wenn ja, was? Weil natürlich macht es, und das weißt du viel besser als ich, macht es einen größeren Unterschied, gehe ich mit gefüllten oder geleerten Glykogensperchern in meinen Ausdauertraining als die Tageszeit. Ja, also man kann nicht, man muss davon wegkommen, sich so eine Variable anzugucken und zu sagen, die beste Uhrzeit ist 17 Uhr, zack, fertig, für Ausdauer 17 Uhr und für Kraft ist es 17 Uhr 32 und keine Ahnung. Nee, also das ist, aber es hilft ja durchaus für so eine Entscheidung zu wissen, ne, vielleicht, was bin ich für ein Chronotyp, woran kann ich mich orientieren und dann können wir jetzt aber viel natürlich auch, sag ich mal, so in die blaue Welt irgendwie reindenken, wenn dann Leute sagen so, ja, ist ja alles schön und gut, aber an fünf oder sechs Tagen die Woche kann ich mir das eh nicht aussuchen. Oder ich bin Vater, dann wird der Chronotyp, der Rhythmus eh anders bestimmt, der wird dann akustisch, ne, nicht über die Retina, sondern er wird akustisch, jetzt muss ich gerade aktiv sein, jetzt ist egal wann. Das ist, glaube ich, auch nochmal so eine, so eine Chrono-Umstellung, die man so, bist du regelmäßig gejet laggt? Ja, absolut, absolut, also ich, das ist, das ist auch echt, also das ist auch so eine Grauzone in der, in der Debatte, was die Chronobiologie angeht, dass man so sagt, ja, Nachtschicht und so, das ist alles schlecht, aber dass, dass wir alle, wenn wir dann Kinder in die Welt setzen, eigentlich so eine Phase haben über Jahre, wo unser Schlaf komplett durcheinander gebracht wird, ähm, das, da spricht irgendwie keiner drüber und natürlich hat das, das hat so hundert Prozent sehr schlechte Auswirkungen auf unsere Stoffwechselgesundheit und auf viele andere Dinge über diese paar Jahre und dann ist die Frage, wie kommt man da raus nach diesen paar Jahren, ne, und, äh. Kannst ja nicht einfach sagen so, ach, ich hab die Rechnung noch, ich hab die, die Verpackung ist auch noch da, äh, hier, Umtauschrecht, äh, ne, es reicht jetzt. Kann man nicht einfach wieder zurück, egal, äh, ne, das, das geht nicht, nein, es ist ja, ne, ich scherze, aber ich hab das ja auch schon im Familien- und Freundeskreis erlebt, dass es durchaus herausfordernd ist, es gibt natürlich auch solche und solche Kinder, also ich war zum Beispiel ein richtig krasses Schreikind, deswegen gibt's auch, äh, zumindest was meine Mama angeht, nur einen, die hat nach, nach meiner, äh, nach der Phase gesagt, so, noch einen, schaff ich nicht. Und auch keinen Kontakt mehr. Gott sei Dank, Gott sei Dank schon, aber, ne, so, so schlimm war's dann nicht, also, da haben die Hormone, äh, wahrscheinlich, äh, gesehen. Ähm, okay. Das heißt, bei Bewegung, hast du ja gerade gesagt, gibt's jetzt nicht irgendwie die allgemeine Lösung, die man jetzt hat, ähm, kann man bei Bewegung und Schlaf generell sagen, so als Tipp, nicht zu viele Wechsel, also, einfach geregelte Zeit, also, einigermaßen geregelte Zeiten. Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, der, äh, wir waren jetzt irgendwie beim, beim, beim Surfen irgendwie draußen und haben dann irgendwie auch nochmal die Sterne uns angeguckt und das möchte man dann vielleicht irgendwie länger machen, das soll jetzt, wir wollen jetzt ja auch nicht Leuten sagen, ihr müsst immer um elf ins Bett oder um zehn oder um so, aber dass, äh, das eher dafür spricht, geregeltere Zeiten zu haben, scheint für den Körper irgendwie besser, weil's antizipierbarer ist. Egal, ob's jetzt Mahlzeiten, Licht, Bewegung, Schlaf und so angeht, Regelmäßigkeit scheint da schon sinnvoll zu sein, oder? Ja, ja, die kurze Antwort ist ganz klar ja und die ist, denke ich, auch sehr unbeliebt, diese, diese Antwort, weil natürlich wollen wir alle am Wochenende das ein bisschen auf den Kopf stellen. Es gibt zwar, es ist witzig, dass du das erwähnst, also, es gibt tatsächlich auch Studien, witzig, äh, in Mäusen, wo sich die Forscher gedacht haben, hey, lass doch mal gucken, wenn wir jetzt bei Mäusen das mal, wir lassen die Werktag sozusagen fünf Tage schön im Einklang mit allem leben und am Wochenende hauen die Mäuse mal richtig auf die Kacke für zwei Tage, ne? Und die wollten dann nämlich gucken, okay, was sind langfristig die Gesundheitsfolgen für diese Mäuse, ne? Und da konnten die tatsächlich zeigen, okay, wenn du das fünf von sieben Tagen die Woche machst, wenn du in der Maus bist, dann ist das nicht so schlimm, ne? Und so hatten die dann sozusagen für sich die Rechtfertigung zu sagen, ja, okay, ne, wir haben hier die Mausstudie und die zeigt, wenn du es fünf von sieben Tagen machst, ist das gut. Und ich meine, da steckt insofern ein bisschen Wahrheit drin, dass das sicherlich so ist, wenn du es die fünf Werktage gut hinbekommst, dass du sozusagen auch, was diese Krononummer angeht, weil das ist ja nicht realistisch, dass wir jetzt alle unser ganzes Leben immer im Einklang mit dem Tag-Nacht-Rhythmus verbringen werden, das ist, du darfst natürlich irgendwie Cheat-Days haben, auch im Krono-Bereich, ne? Und die Frage ist so ein bisschen, wo ist da die Grenze zu, da ist es zu viel, da ist es zu wenig, wie viele Tage am Stück solltest du wieder dann im Einklang sein? Und da wissen wir einfach noch zu wenig drüber, aber ich bin mir sicher, dass jetzt mal über einen Cheat-Tag jetzt nicht so viel Schlechtes gesagt werden kann. Vielen Dank.